Als kleine Rand-Info heute habe ich ein bisschen die Real-Talk-Hosen angezogen, also das nächste ist nicht so behindert wie immer, aber das sage ich glaube ich auch irgendwie noch leicht. Und nicht wundern wie die Bewertungen sind, weil gleich kommt noch so eine Like-Dislike-Challenge. Und da würde ich euch einfach mal bitten dabei zu sein, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Video. Ist ein bisschen viel Real-Talk heute für mich, aber ich muss auch mal los sein, weil ich finde irgendwie Vizka Barca. Ach, da seht ihr ja gleich, was ich zu ihm sage. Also haut rein, wir sehen uns dann morgen oder bald wieder. Bis gleich, bis. Ja Leute, was soll ich noch dazu sagen? Ihr seht es schon im Titel. Vizka Barca wurde von KuchenTV zerstört, oder so. Ich will eigentlich gar nicht mit meiner überpornösen Stimme über das Thema an sich sprechen, weil die Videos sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr die noch nicht kennt, schaut euch erst diese beiden Videos an, sondern ich möchte einfach mal darüber reden, was ich so von der ganzen Sache halte. Und bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Like-Dislike-Challenge. Und zwar Leute, wenn ihr auf der Seite von Vizka Barca seid, dann liked. Und wenn ihr auf der Seite von KuchenTV seid, dann dislike einfach mal dieses Video. Ich würde mich an dieser Stelle einfach mal interessieren, wer es für eure Meinung ist. Und so sehe ich halt am besten, wer auf welcher Seite es also für Vizka Barca liken und für KuchenTV disliken. Ansonsten ist dies hier nur ein Meinungsvideo, das heißt, ich werde nicht so wie immer ein bisschen viel Scheiße labern, ein bisschen lustig sein und so weiter und so fort. Deshalb werde ich versuchen, nicht alles hier reinzubauen, weil ich jetzt mal komplett real sein möchte, weil ich habe auch was zu Vizka Barca zu sagen. Dementsprechend ist das hier einfach meine Meinung, ihr könnt eine andere Meinung haben, weil ich versuche das einfach zu respektieren, weil, ähm, weil Baum. Ich persönlich muss nämlich sagen, dass KuchenTV und seine, ich sag jetzt mal, recht ausführlichen Argumentationen auf jeden Fall Sachen auf den Punkt gebracht hat, die mir auch schon viel früher aufgefallen sind. Und zwar finde ich persönlich auch, no hate an Vizka Barca, ich gucke dann jetzt schon seit 5 Jahren oder so, ich gucke immer noch jedes Video. Egal welchen Titel oder Thumbnail er drin hat und mir fällt auch auf, dass Vizka Barca extrem nur noch auf die Klicks geht und irgendwie fällt es einem nicht mehr so richtig auf, dass er Spaß an der Sache hat. Ich persönlich muss auch sagen, ich verstehe nicht, warum seine Fans es einfach nicht merken, dass er einfach keine Lust mehr auf Call of Duty hat, da bin ich mir zu 1000% sicher, dass er das nur noch wegen den Zuschauern macht. Was natürlich auch verständlich ist, weil wenn ich so eine riesen Community hätte, die von Call of Duty kommen muss, würde ich persönlich jetzt ohne Spaß, würde ich auch sagen, dass ich Call of Duty noch feiere, weil ich sonst immer eine riesige Fanbase verlieren würde. Nichtsdestotrotz, dass ich jede seiner Videos gucke und ihn auch immer noch persönlich mag und weiß, dass er bestimmt ein richtig schnicker Dude ist, no homo, fällt mir in letzter Zeit immer mehr auf, wie extrem er dem Hype Mitch mitfolgen muss, eigentlich auch schon, weil er seine Klicks einfach nicht mehr bekommt, weil YouTube nicht mehr das für ihn ist, was es einmal war. Oder vielleicht sieht er auch einfach nur, wie es bei seinen YouTube-Kumpels läuft und es bei ihm nicht so läuft und man versucht einfach da irgendwie ein bisschen mitzuhalten, was auch vollkommen verständlich ist, meiner Meinung nach. Aber man merkt schon, dass Vizka Barca, wie Qo und TV auch in dem Video anspricht, seine Fans sozusagen vernachlässigt. Er kündigt an, dass er mit Competitive anfängt und macht das einfach nicht. Bei seinem Vizka Barca gibt es euch die Chance, braucht er bestimmt vier Monate, bis er es auflöst, was total behindert war, weil wirklich jeder hat darauf gewartet und irgendwann waren die Leute schon so von wegen, ah, er löst das sowieso nie auf, bla bla bla. Er macht PlayBlades-Videos, als wenn seine Zuschauer elf sind, ich meine, die meisten seiner Zuschauer sind bestimmt so wie ich um die 17 Jahre alt, weil wir ihn ja schon seit wie vielen Jahren gucken. Ganz ehrlich, mittlerweile weiß ich nicht, ob Vizka Barca noch ein COD oder Unterhaltungs-Channel ist oder ob das einfach nur ein Channel für elfjährige ist, no hate. Aber das war auch eigentlich nur meine kurze persönliche Meinung, hoffentlich schreibt ihr eure Meinung in die Kommentare und zwar mit einem Like für Vizka Barca und einem Dislike für Qo und TV, natürlich nur so auf welcher Seite ihr steht, nicht von wem ihr jetzt so ein Fan seid oder so. Ansonsten würde es mich auch mega freuen, wenn ihr mein letztes Video abchecken könntet mit den kleinen Tipps und Tricks, wie man in Infinite Warfare schnell eine Nuklear bekommt. Das haben sehr viele Leute wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ich das mega komisch hochgeladen habe, aber so eine komische Uhrzeit, also schaut einfach mal vorbei, Link ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten folgt mir auf Instagram oder was auch immer, ihr wisst wie es läuft und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich denke morgen oder vielleicht auch erst nächste Woche kommt das lustige Video mit den Outtakes wieder und ich bin gerade so ein bisschen Realtalk-Modus, also verzeiht mir, wenn ich nicht so behindert bin wie sonst. Das war meine Meinung, Kylian ist der Overnote. Ich kann mir jetzt erstmal ein paar Chicken Wings sehen.